Ich würde einfach mal behaupten, also in Europa sicherlich die wichtigste, hat sich wunderbar entwickelt, muss ich sagen. Wir sind jetzt das dritte Mal hier, meine ich, hier in Düsseldorf. Ich habe die ersten Messen in Essen mitgemacht und ich muss sagen, es hat sich wunderbar hier entwickelt. Es ist ein Marktplatz, wo eben halt dann nicht nur die Technik, nicht nur eben halt dann der kaufmännische Teil, aber auch natürlich der Finanzteil im Prinzip hier zusammenkommen und ja, Entscheider auch da sind. Es wird eben halt dann wirklich, ja, es wird oft entschieden. Es wird eben für uns eben halt dann wirklich sehr wichtig, dass man mit den richtigen Leuten, und die hat man alle hier, und die kommen aus der ganzen weiten Welt hier nach Düsseldorf. Und ich finde Düsseldorf, nicht nur, weil ich gebürtiger Düsseldorfer bin, aber Düsseldorf ist wunderbar, weil eben natürlich Flughafen etc., also eine wunderbare Geschichte. Und ich finde es also noch mal ein Stück besser als die letzte Messe vor zwei Jahren und freue mich schon auf die in 2018.